Ich freue mich, dass ich bei Ihnen in dieser Runde wieder einen Vortrag halten kann, der natürlich nicht derselbe ist wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich über andere Substanzen geredet und nur im allgemeinen Kontext. Heute möchte ich etwas über Indoe-Alkaloide-Verbindungen sagen. Es gibt eine ganze Menge von Indoe-Alkaloide. Ich möchte es allerdings auch in der Weise begrenzen, dass ich natürlich keine Form der Flut bringe, sondern das allgemeinverständlich darstellen. Ich hatte das Glück seit 1983, viele Jahre fützliche Stoffe zu bearbeiten. Das kam auch durch die spezielle DDR-Situation, wo das einfach ein Forschungsthema war und ich im Institut für Biotechnologie, also umfangreich chemisch-mykologische Untersuchungen durchführen konnte, aber auch dann nach 1990 auch FED-Forschung in Südafrika bzw. auch in den USA machen konnte, was viele neue Erkenntnisse hervorbrachte. Ich habe hier nun als erstes den Fliegenpilz angezeigt. Sie werden sich fragen, der ist ja eigentlich gar nicht mit Silozype und sowas verwandt und warum bringe ich den? Der Fliegenpilz hat mich auch in meiner Forschung inspiriert bzw. auch schon, wie ich jünger war, mich interessierte nämlich dort ein Fakt, der bei der Erforschung in den 50er Jahren aus der Schweiz berichtet wurde. Dort wurden nämlich zu den Untersuchungen von Eugster, Sago und Schreibe 6 Tonnen Fliegenpilze gesammelt. Sie müssen sich das vorstellen, 6 Tonnen Fliegenpilze, da sind hunderte Studenten in den 50er Jahren ausgeschwärmt und da kommen wir eigentlich zum Thema, was macht man bei einer Erforschung mit 6 Tonnen Fliegenpilze? Die wurden ja ursprünglich gesammelt, um also die Wirkstoffe herzustellen, das Muskarim war schon bekannt, aber die Stoffe, die also die Berauschungszustände vor allen Dingen in Sibirien hervorriefen, waren noch unbekannt gewesen. Aber es gab auch immer mal sowas beim Pantherpilz, dass eben gerade im Berliner Raum der Pantherpilz Sachsenschreck genannt wurde und die Leute aus Sachsen hergingen, sie dachten, sie finden den Perlpilz und das war der Pantherpilz und dann gab es eben solche Sachen wie Halzination, aber auch Delirium oder Kräfte aller Berserker, dass also Boote und sowas getragen werden konnten, was vorher nicht möglich war. Und das war also der Grund, diese Wirkstoffe in der Schweiz zu isolieren und was macht er mit 6 Tonnen Fliegenpilze? Stellen Sie sich vor, 6.000 Kilogramm, dass ein Frischpilz vielleicht 100 Gramm wiegt, da kann man sich ausrechnen, dass es also 60.000 Pilze waren. So, was macht also der Forscher mit 60.000 Pilzen? Zunächst versucht er, aus den Pilzen selbst was zu isolieren, aus dem Frischpilz. Man kann ja davon ausgehen, dass also die Frischpilze mitunter sehr labile Stoffe enthalten, die dann sich zum Beispiel beim Trocknen zersetzen können. Das heißt, man muss also beide Strategien machen, wenn man also völlig neue Aufgabenstellungen hat. Das ist bei Pflanzen ähnlich. Man hat also einen Großteil dieser Pilze getrocknet, und zwar bei verschiedenen Temperaturen, also von Versuch 30 Grad auch im Vakuum, Gefriertocken war doch noch nicht so üblich, aber auch im Luftstrom bis, also 100 Grad, und hat auch jetzt Extrakte von Frischpilzen gemacht. Und Extrakte von Frischpilzen bedeutet, dass man also Lösungsmittel nimmt, wo man in etwa annehmen könnte, dass auch die Wirkstoffe darin löstisch sind. Also zum Beispiel ist ja ein Pilzwirkstoff, eigentlich, wenn man das leidenhaft sagen will, ja im Wesentlichen doch zum großen Teil in der westlichen Phase gelöst oder emulgiert, und man nimmt also Lösungsmittel, die ähnlich sind, und da würden sich zum Beispiel Alkohol und Methanol anbieten, also Methyralkohol, und diese Lösungen sind auch gleichzeitig desinfizierend, also da wächst dann kein Schimmer mehr auf den Extrakten, und das ist relativ stabil. Dann könnte es natürlich auch sein, dass diese Stoffe in der Lösung sich dann noch später zersetzen. Und all diese Sachen, die ich hier am Beispiel des Fliegenpilzes, den ich sonst nicht weiter behandeln möchte, da eben keine Indooralkaloidentität, trifft auch auf die Psylozypen und Verwandte zu, die ich also hier bringen werde. Es ist ja bekannt, dass in den 50er Jahren die mexikanischen Zauberpilze von AIM, also Heimisch AIM, in mikologischer Hinsicht, von Wursten, der sie entdeckt hat, in ethnobotanischer Hinsicht, und von Hofmann in chemischer Hinsicht praktisch untersucht worden sind. Und dieser neckische Vertreter mit der Zipfelmitze hier, das Psylozybe Semperfiva, ähnlich unserem Psylozybe Semilanzerte, den ich auch noch bringe, da hier sind allerdings diese Nippe auf den Hüten noch größer. Das war also einer von, es wurde gesagt, zwölf Arten. Man kann sich da auch darüber streiten, aus solcher Sicht, wie viele das eigentlich waren. Und das ist die entsprechende Psylozybe Kobensis, die ja heute auch als Strophariokobensis und als der Zauberpilz eigentlich gänzlich gilt. Das war eine frühe Kultur in den 80er Jahren bei meinen Untersuchungen einfach auf Dung. Das ist ein mexikanischer Pilz, das ist aber interessant. Die berühmte Maria Sabine hat den zum Beispiel nicht genommen. Das ist eigenartig, denn chemisch ist eigentlich dasselbe drin wie in den anderen, aber er wuchs auf Dung, das galt vielleicht als unrein, aber man denkt auch, dass durch die Rinder, die nach Mexiko dann kamen, wahrscheinlich aus den Philippinen, dass dann dieser Pilz zusätzlich eingesteppt worden ist und anhand der charakterischen Reaktion von den Tieren auch erkannt worden ist. Und noch manche Schamanen haben also den benutzt, während er heute eigentlich westlich der Pilz ist, weil er außerordentlich leicht kultivierbar ist. Das ist also jetzt auch eine der Arten, die also Wurzen damit entdeckt hat. Hofmann, den ich dann gleich noch einblenden werde, der ist ja im Januar 101 geworden und die Tagung war also zum 100. ein großer Erfolg im Basel letzten Jahres. Hofmann hat also auch solche Sachen untersucht. Das sind Mycel-Dauerformen. Also manche Pilze, die wachsen einfach durch einen Nährboden durch und da bildet sich ja meistens oder immer das Mycel, was manchmal Pilze bildet. Die Pilzbildung ist bei solchen Sachen mitunter recht schwierig, das hat verschiedene Ursachen, aber diese Dauerformen hier vom Mycel, die enthalten ebenfalls die Wirkstoffe. Ich gehe dann noch darauf ein und dadurch konnten die entsprechenden Forscher also eine große Menge Pilzmaterial züchten, was im Prinzip nur Dauerform war und sie brauchten die Pilze nicht. Denn der Pilz ist manchmal launisch und mitunter sind auch die Bedingungen noch gar nicht erklärt, dass der da so schön im Kolben kommt wie der andere. Das ist also nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Wie gesagt, diese Runde hier ist aus den 70er Jahren und es sind drei Korriphäen der frühen Entwicklung der Substanzen. Darauf ganz rechts hier der Herr mit nahezu ohne Haaren, das ist der berühmte Wursen, also der war ursprünglich Bankier, hat aber dann die Ethnomykologie begründet, angeregt durch seine Frau, die aus Russland kam, wo traditionell immer Pilze gebraucht worden sind. Er hatte englische Wurzeln, die immer ein Abschreckigen über die Pilze. Und diese Mykophilie und Mykophobie ist sicher ein Thema, was separat behandelt werden könnte. Hinten rechts mit Schlips ist Albert Hofmann, der wie gesagt jetzt im Januar 101 wurde. und hinten links daher mit der Brille und dem roten Schlips, wenn das so ist, das ist der berühmte Schultes, der also ethnomykologisch sehr viele Pflanzen Südamerikas erforscht hat, Mitte Amerikas, und der am Anfang auch sich um die Pilze gekümmert hat, aber das war nicht die Richtlinie zusammen mit anderen Forschern. Also das waren nicht die Arten, die verwendet worden sind, ob die nun getäuscht worden sind oder nicht. Das war also ein Düngerling und der wurde also nicht verwendet. Das nur am Rande, das ist seit den Tagen von 1977, die über die Pilze in den USA gehalten worden sind. Da war ich noch nicht dabei, ich habe erst 1983 gefahren, und konnte da auch noch nicht in die USA fahren. Das sind also die Hauptwerkstoffe hier, wo die OH-Gruppe beziehungsweise die OP- und so weiter Gruppe ist, das ist die sogenannte Vierstellung am Indolgerüst. Und das bedeutet, dass bei dieser Vierstellung, dass die sehr ungewöhnlich ist und dass die an sich im Wesentlichen nur vorkommt, jetzt beim LSD, wo ich aber nicht drauf eingehen möchte, das stammt ja ursprünglich vom Mutterkorn, von niederen Pilzen, also diese Substanzgruppen möchte ich nicht bringen, da reicht auch die Zeit nicht aus. Durch diese Vierstellung hier, also an diesem Indolgering, dadurch sind diese Substanzen oral wirksam. Das heißt, wir haben also 5 bis 10 Milligramm oder auch 70, die Substanzen nennen sich sehr wenig akutoxisch, wenn die also verabreicht werden, dann sind die oral wirksam. Wir brauchen also nicht Indizierte mehr, wie zum Beispiel das DMT. Das DMT hat die Forme, in dem Sie sich hier unten beim Silicin einfach diese OH-Gruppe wegdenken. Das ist normal oral nicht wirksam, nur mit entsprechenden Mauerhemmern, wo es dann in Mischung vom Ayahuasca vorliegt, da möchte ich aber auch nicht drauf eingehen. Das sind alles große Substanzgruppen, die zwar chemisch miteinander verwandt sind, aber die wirklich so viel Stoff, nicht im Sinne von Substanz, sondern vom Wissen haben, dass also da alles separate Veranstaltungen gemacht werden konnten. Wichtig ist in meinen Betrachtungen, dass das Psilocybin ungleich stabiler ist als das Psilocin. Das kommt durch diese freie OH-Gruppe und Psilocin oxidiert leicht weg und das ergibt diese Blauung der Pilze. Also wer schon mal solche Pilze gesehen hat, die bei Druckblau verfärben und psychoaktiv sind, dann sind das also diese Oxidationsprodukte vom Psilocin und jede Behandlung dieser Pilze bewirkt also, dass die Psychoaktivität weniger wird, denn das Blauprodukt selber ist inaktiv und die Blauung ist also eine echte Zerstörung des Wirkstoffes Psilocin, während das Psilocybin, wenn dieses Phosphat da oben, das ist also von der Phosphorsäure, nicht abgespalten wird, dann ist diese Substanz weitgehend stabil. Nun gibt es in den Pilzen unterschiedliche Mischungsverhältnisse und Stärken und das bewirkt dann auch, dass die Pilze auch unterschiedlich aktiv sind. Ich komme darauf noch zurück. Hier sind nochmal die Formen abgebildet. Es war ein großer Klickstall, wie ich meine Untersuchung 1983 begann, war das der Grund, dass hier in Berlin Rätserfte Vergiftungen waren, die Halluzinogen wirkten und eine völlig neue Pilzart, die vorher nur 1968 in Ungarn beschrieben worden ist. Und da habe ich also bei den ersten Analysen immer gesehen, dass da noch eine Substanz schärfer ist. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Ja, das ist so, ja. Ich sehe das hier unten schräg. Also das sind praktisch diese Stoffe, muss ich nochmal sagen, die also vom Psilocybin abgeleitet sind. Hier unten ist im Vergleich das Muscarin mit einer gewissen Ähnlichkeit, wirkt aber ganz anders aus dem Fliegenpilz und weiteren Arten. Das ist also ein ähnlicher Ring. Und wir haben ja also nicht das Psilocybin dabei, man kann sich also vorstellen, bei diesen ganzen Stoffen, nur Beocystin, Beocystin und diesem Erogynastin, dass da dieses Phosphat auch noch abgeht und dass da auch noch eine OH-Gruppe dran ist. Das habe ich dann zum Schluss in einem Schema. Also das sind hier alles die stabilen Stoffe. Und dieses Erogynastin ist dadurch faszinierend. Ich habe also, wie ich 1983 angefangen habe, hatten wir hier diesen Pilz aus dem Berliner Raum, der also auch Hallucynegen wirkte. Und nur dieser Pilz, ich habe hier wirklich sehr lange darüber gearbeitet, nur dieser Pilz enthält dieses Erogynastin, und das haben wir erst im Jahr 2006, dann endgültig mit der Struktur, zusammen mit Göttingen, verisoliert. Und schauen Sie mal, das sind also immer Methylgruppen, es ist immer eine Ca3-Gruppe mehr. Also wir haben dort hinten diese NH2-Gruppe, dann dieser Strich beim Beocystin an dem N rechts, das ist also eine Methylgruppe Ca3, dann wären das zwei Methylgruppen, das waren beim Psilocybin, und es war wirklich naturstoffchemisch faszinierend und deshalb war das auch so schwer, weil die sich wirklich so ähnlich sind, dieses Erogynastin als Substanz und dann sogar als synthetische Substanz zu isolieren und zu charakterisieren, und wir haben das also letztes Jahr publiziert, und ich möchte sagen, ich habe vielleicht über 100 Pilz, verschiedene Pilzarten umfangreich untersucht, und es war wirklich bloß in diesem einen Pilz drin, der aber auch, der aber auch, das sind die, der aber auch mikolorisch kaum mit den anderen verwandt ist. Der Pilz braucht nämlich seinen Baumpartner, um zu wachsen, ähnlich wie der Fliegenpilz oder andere Pilze, das nennt man Mikoriza, also es ist wirklich eine echte Symbiose, muss da sein, wenn also dort keine Linde steht oder keine Pappe, dann finden Sie den auch nicht. Also wenn das jetzt ein großer Sportplatz wäre, und das sind also 30 Meter entfernt, dann kann der dort nicht stehen, weil kein Baum in der Nähe ist. Während die anderen, alle anderen Pilze, die ich hier vorstelle, die zersetzen organisches Material, die wachsen auf Dung, die wachsen auf Holz, die wachsen auf Gräser und zersetzen also diese organischen Materialien und die Leute wissen das nicht, wenn es keine Pilze gäbe, dann würde also kein Laub verrotten, also auch Niederpilze und kein Holz und dann würde das im Wald runterfallen und der Kompostkreis dafür ja nicht gesichert. Das ist wirklich die Funktion der Pilze. Nicht richtig scharf. Wir sehen hier auch eine grün-blaue Verfärbung, das war aber relativ selten, das macht der auch nicht immer. Das ist also die ungewöhnliche Pilzart hier aus dem Berliner Raum und ich muss auch sagen, das ist auch groteskerweise der Pilz gewesen, der auch von Laien total verkannt werden kann und auch mit giftigen Vertretern, die das Muskarin enthalten. Es war eine Sensation, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pilzgattung, da sind 160 verschiedene Arten drin. Und bei zwei Dritteln ist bekannt, dass das Muskarin darin ist. Und nie hätte jemand gedacht, dass also in dieser Inusib-Erogenaszenz Psilocybin drin ist, als auch dann sogar das Erogenaszenz und es gab lustige Fälle, also hier im Berliner Raum, Anfang der 80er Jahre Potsdam, dass die Pilze anstelle von Speisepilzen gesammelt worden ist und saßen Runde am Tisch, das waren sieben Leute von einer großen Zuppenschüssel und die hatten alle ihre Vision, weil die dachten, sie haben den Nelkenschwindling gefunden als Speisepilz. Und mein Pilzbekanter, der hat gesagt, welche sind denn nun die Speisepilze? Und da haben sie dann richtig, wirklich, also auf den vorherigen, gezeigt und haben gemeint. Die Pilze sind also, das war also noch eine harmlose Verwechslung, das kann aber auch sein, dass es mit den Giftchen vertreten aus der eigenen Gattung sein kann. Und das ist bei allen Pilzen das Problem, die sich jetzt sagen, die Leute, ziehen wir mal los, wir haben vorher bis jetzt nur ein Champignon gegessen, wollen wir mal gucken, was alles so rumsteht. Ja, mitunter steht dann aber auch der rum, der Knollenblätterpilz und Verwandte, die wirklich giftige Amatoxine enthalten und die sind wirklich in der Weise bösartig, dass sie erst nach sechs Stunden schon langsam den Leberzerfall anfangen und mitunter können die Leute mit Lebertransplantation, wenn einer zur Verfügung steht, gerettet werden, mitunter aber auch gar nicht. Also bei diesen Knollenblätterpilzgiften, steckt übrigens auch der Enduring mit drin, aber ganz verschachtet, da hört der pilzliche Spaß wirklich auf. Fast alle anderen Gifte sind schnell wirkend, aber nach ein paar Stunden auch wieder weg und da gibt es also kaum Todesfälle. Der Killer ist also der Knollenblätterpilz und auch den auch jeder Sammler von Speisepilzen kennen muss. Denn wir werden mit Champignons verwechselt, obwohl das eigentlich gar nicht sein brauchte. Wenn die Lameen gefärbt sind, ist es also kein Knollenblätterpilz. Ich möchte mal noch einen Zwischenruf machen. Ich bin also mehrfach gefragt worden, ob ich hier im botanischen Garten noch eine Pilzrunde machen würde. also in der Weise Grundlagen von Speisepilzen und auch Gifttoppelgängern als Exkursion. Hier wird ja schon eine Kräuterexkursion gemacht. Und wenn also Leute Lust hätten, dann bitte mich danach ansprechen, dass wir einen Termin ausmachen würden, vielleicht auch so ein Stündchen. also jetzt in den Tagen. Und es sind natürlich ja keine Alizinergienvertreter. Es geht um Pilzgrundlagen. Wie wachsen die Pilze? Wie sind sie differenzierbar? Also hier wären sicher jetzt... Ich habe das auch vorher nicht angekündigt, denn wenn man das meistens im Dreivierteljahr macht, dann ist es meistens so trocken, dass nichts wächst. Wir haben zum Beispiel in Leipzig auch eine gute Pilzflora und das könnte also ja auch sein. Wer Interesse haben sollte, der kommt einfach auf mich zu, dass wir dann einen Termin ausmachen. Es müssten natürlich ein paar mehr sein. Ich denke, das wäre recht interessant als Grundlagen, dass man mal sieht, wie ein Pilz wächst, wie die sich zu differenzieren sind. Also unabhängig von dem Halluzinergien-Thema hier, sondern einfach Grundlagen. So, gehen wir mal weiter jetzt mit unserem Thema. Das ist also wie der vorherige, der spitzkriegliche Kalkopf, der also von Hofmann auch schon 1963 beschrieben worden ist, dass der Psilocybin enthält. Die Mykoloren haben sich einfach gesagt, es sieht zwar aus, als ob in Mexiko nur solche Pilze wachsen, aber es gibt auch in Europa am Vertreter, die sehen ähnlich. Und das war vor allen Dingen dieser spitzkriegliche Kalkopf. Und schon 1963 wurde berichtet, dass der also, wir sehen also, der hat auch so eine Nippe, allerdings nicht so groß, wächst auf gedüngten Weiden, also durch Tiertum gedüngt, aber lokal häufig, aber in manchen Gebieten auch noch nicht beschrieben worden. Ja, ich habe den also auch untersucht. Und hier ist wirklich charakteristisch, dass dieser Pilz im Prinzip kein Psilocybin enthält. Das heißt, er enthält nur die stabile Form. Und höchstens mal ein paar Spuren, wo man sich sagen kann, ja, vielleicht sind sie auch durch Zersetzung entstanden. Aber von diesem Beotsystem, wo nur die eine mit der Gruppe dran ist, auch ungefähr ein Dritte. So. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, was ich am Anfang sagte, was ist, wenn die Pilze getrocknet sind, wenn die frisch sind, wie verhalten sich die Indole-Verbindung. Hier ist es also so, dass sich die Stoffe aufkonzentrieren. Das heißt, Sie haben also in den Trockenpilzen, das ist übrigens einer der Pilze, der die konstanteste Menge an Indole überhaupt hat, nämlich um die 1%. Und ein Pilz enthält also etwa 90% Wasser. Davon kann man in etwa ausgehen. Wenn Sie natürlich jetzt draußen einen Röhrling finden, der richtig saftig Wasser angezogen hat, dann kann da noch mehr drin sein. Aber im Durchschnitt enthält er 90% Wasser. Deshalb werden die alle so schrumpelig und solche Pilzmumen als Exikat. Also ein Kilo eines Pilzes wären dann also 100 Gramm Trockenpilz. Ja, das ist also bei Speisepilzen genauso. Wenn Sie jetzt Steinpilze finden und haben ein Kilo, dann kommen ungefähr 100 Gramm Trockenpilz raus. Und die Trocknung ist eben eine Form, verschiedene Sachen zu konservieren. Und bei diesem Pilz erfolgt wirklich eine Konzentrierung. Bis 50 Grad erfolgt keine Versetzung. Und interessant ist, dass finnische Untersuchungen von 1983 gefunden haben, dass Pilze von 1867 immer noch Psilocybin enthielten. Die lagen im Herbarium. Von 1843 nicht mehr. Das sind natürlich bloß 20 Jahre. Ich nehme mal an, dass die von 1843 wahrscheinlich bei einer großen Hitze auch getrocknet worden sind. Und gerade der Pilz hier hat also die Wirkstoffe am besten. Und zwar kann man sich das vorstellen, dass dann auch diese Pilzmasse, wenn das also trocknet, die Wirkstoffe praktisch umhüllt. Und dass es dadurch also Skabier war. Das ist also ausgezeichnet. Der war allerdings nicht so einfach zu züchten hier. Das ist ja wohl 1985 das Bild hier. Und da haben also nicht alle mit 10 diese Pilze gebildet. Und die kamen auch nicht nach drei Wochen, sondern erst nach ein paar Monaten. Also das war wirklich ein großes Glück, dass die eigentlich kamen. Hier ist mal einer, das ist sehr selten, eine Aufsammlung aus den USA, wo ich zu der Zeit dort war, dass der ausnahmsweise mal einen grünen Hut hat. Das ist wirklich äußerst, äußerst selten. Und also in Richtung von dieser Blauung, die kann also auch grünlich sein. Das war ein absoluter Einzelfall aus, bestimmt einigen tausend Pilzen, die ich da bis jetzt so gesehen habe. Das ist so eine typische Weide hier. Meist als Lichtung. Wobei der also keine Baumbartner braucht. Hier war es recht feucht und gleichzeitig auch brütete die Sonne und es war also auch Redung und mitunter auch Schaftung da, die natürlich auch alles abfassen können. Ja, und jetzt kommt noch ein interessanter Versuch. Das ist also der spitzkirchliche Kalkhoff trocken hier. Aber den habe ich schon so auf der Weide gefunden. Das heißt, der war am Standort getrocknet. Und jetzt können wir Rätselraten machen, wie die Wirkstoffe waren. Die waren also genauso, als wenn der im Labor getrocknet wird. Das war für mich interessant. Es war also nicht so, dass die Pilze also in der natürlichen, wenn die alt sind und durch die Sonderverdorben, ob es da Zersetzungsreaktionen gab, die gab es also nicht. Das erinnert mich natürlich fatal an solche gesetzlichen Formulierungen mit trockener Pilze und sowas, die ja hier am Standort waren. Ja, das ist zwar selten, aber das stammt von 1987 und die enthielten also auch 1% Psilocybin. Das war wirklich sehr interessant. Besonders nicht, als er auch nicht dort zersetzt. Ja, das war hier, alle Pilzfreunde sollten hier weggucken. Das war also hier mal ein großer Forschungsansatz aus den 80er Jahren, die also in mehreren Tausend Exemplaren auf einer Wiese standen und dann auch entsprechend analysiert worden sind. Es gibt noch weitere Arten und das ist auch interessant, die jetzt auch zunehmend eingeschleppt werden. Ich habe das auch in Büchern und Artikeln schon ausgiebig beschrieben, die Psilocybin Cyanestens, also der blau verfärbende Kalkopf. Und das ist ein direkter Kulturfolger in der Beziehung, dass neuerdings also Holzhexe und Ähnliches ausgebracht wird. Solche Substrate gab es früher nicht und deshalb ist der Pilz auch nicht beschrieben worden. und die Amerikaner denken, der Pilz kommt aus Europa und die Europäer denken, er kommt aus Amerika. Ich habe einen anderen, haben die ja auch mal untersucht, also die sind ähnlich, aber nicht identisch. Also es gibt da diverse Details, wo man sagen kann, der eine stammte vielleicht nur aus Europa und ist wirklich an sehr kleinen Standorten gewachsen, in denen der Mensch dann also jetzt diese Substrate bildete, da sind die Pilze also dann explodiert. Also so eine Holzhexe, das gibt es ja nicht, da ist immer mal ein Ästchen runtergefallen oder Nadeln oder Schilfrest und sowas, aber direkt Holzhexe ist also von der Natur erstmal nicht gemacht und da breiten sich Massen auf Pilze ein und auch eingeschleppte. Da gibt es noch die Psilocybin Azo-Restens, die ich auch noch bringe. Das sind alles Pilze, die sich in den letzten Jahren angesiedelt haben. Hier kommt der schon und das ist interessant, das ist ein seltener Standort, wo beide Arten nebeneinander wachsen und lesen Sie also zum Beispiel in irgendwelchen Büchern Pilzbeschreibungen, dann kann man das meistens gar nicht verwenden, um die Pilze zu bestimmen. Da steht zum Beispiel Mittebraun. Tja, ist das hier unten Mittebraun oder ist es heller oder da oben diese Braunen, die da dunkler stehen, also ganz oben, das ist also Psilocybin Cyanessens. Die Beschreibung klingt recht ähnlich, außer dass es vielleicht so klingt, als ob der Hutspitz ist. Und hier sehen Sie aber, dass diese Braunverfärbung also nicht dasselbe ist. Der Y-C-B-Cyanessens ist viel brauner und diese Pilze, genau wie auch der spitzkirchliche Kalkopf vorher, haben eine Eigenschaft, die sind Hygrophanen, das heißt, die trocknen weg. Das heißt, auf einer Wiese kann zum Beispiel ein dunkelbrauner Pilz stehen und das ist der spitzkirchliche Kalkopf und dann trocknet er weg und dann wird er auf einmal so weißlich-gelblich. Dann ist das derselbe Pilz, der hat also Hygrophan, der hat bloß Wasser aufgezogen. Und hier ist das genauso. Man sieht also deutlich, dass also die Hutspitze zuerst abtrocknet und dann unten es noch sehr braun ist. Die Pilze hier ganz unten sind auch ziemlich braun, Mittebraun, wie es immer in den Büchern steht. Aber, und dann wird es dann praktisch so gelblich. Das sind also die selben Pilze, wenn man die einfach liegen lässt, dann sehen die ganz anders. Das ist nochmal hier die Psilocybin, also Restens, und das ist interessant, die ist übrigens so, das Bildstand nicht von mir, die ist also vor drei, vier Jahren erstmalig in Süddeutschland so gefunden worden. Das heißt, ein Zeichen, ich habe sie auch in Rostock gesehen, in Österreich beziehungsweise in der Schweiz sind sie auch schon berichtet worden, die Art breitet sich also auf Holzspänen genauso aus und es sind wirklich Pilzmassen, die da machen. Und man muss auch sagen, hier, es ist ja auch schon lange publiziert, diese Pilze sind wirklich eine richtige Chemikalienfabrik. also die enthalten eigentlich die größte Menge an allen In-Duell-Verbindungen, die man da so findet, die sind groß und gleichzeitig auch ungefähr in den Trockenmassen anderthalb Prozent Psilocybin, dann noch Psilocin und Beocytin, also die drei Stoffe werden wirklich in großen Mengen produziert. Das ist Psilocybin bei Azoreszenz. Das ist auch beim Buch von Stemmets und auch in meinen Nernschwimmen abgebildet, was es zurzeit leider nicht gibt. Ich würde sagen, ich mache erst mal weiter und wir sprechen dann noch um vierte Stündchen. Bei mir ist es auch die Zeit einzuhalten. Sonst kommen wir nämlich, da habe ich in Italien schöne Erlebnisse, ich mache die Frachten immer zwischendurch. Da geht dann einfach weiter. Das ist nochmal die Psilocybin Azoreszenz. Azurblau verfärben, man sieht es. Das ist der große Psilocin-Anteil und es ist fleißig am Wegoxidieren. Und zwar ist es also so, dass mit Luftsauerstoff und Katalysatoren, das sind Enzyme, die Impulse sind, dieses Psilocin weggeht zu Chinonen und diese sind nicht mehr aktiv. Ich möchte nur kurz mal streifeln, ein Verwandler, der allerdings zu weiß wegmacht, ist Psilocybin Bohemica, der böhmische Kalkopf. Der kommt dort vor und der hat eine interessante Geschichte, der Psychiater Hausner, der hat, das ist aus der Tschechei, das ist zu dunkel, das geht auch nicht heller, das ist ein tschechisches Tier, der hat bis 1974, LSD in die Therapie einsetzen dürfen, dann hat er seine Bewilligung immer noch gehabt, aber sie hat keine Substanz mehr. Und da ist der Mann mit seinen tschechischen Klienten Pilze suchen, die haben die Psilocybin Bohemica gesucht und er hat dann dieses, was etwa 10 Milligramm Psilocybin entspricht, in der psycholithischen Therapie, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen kann, therapiert und es war ähnliche Erfolge wie beim LSD. Also das war praktisch sein Mangel und er hat das also noch mit Pilzspazierungen verknüpft, das war also Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er. Der Mann ist leider im Jahr 2000 gestorben. Er hatte Erfahrungen von hunderten Patienten und er hatte auch noch einen lustigen Leitspruch, den kann ich ja auch machen. Kennen Sie die Berufskrankheit der Psychiater? Das sagte er sehr gern, das sind die Frauen. Alles klar. Die Frauen sind die Berufskrankheit der Psychiater, sagte dieser Mann immer. In welchen dieser therapeutischen Übertragung, die dann zwar der Freud immer gewarnt hat, aber die dann doch, dass sich die Patientin in den Psychiater verliebt und umgekehrt. Das ist also die Berufskrankheit. Das hat er immer so gesagt. Er hat also eine große Erfahrung gehabt, ich habe leider kein Bild von ihm hier. Er hat also tausende Patienten mit LSD praktisch therapiert und das war eine anerkannte Methode in der Psychiater, bis dann die internationalen Restriktionen dann also diese Therapie auch weggemacht. Wobei jetzt wieder eine Renaissance davor steht. Nur ganz kurz möchte ich das eingehen, ich habe also auch noch andere Arten gefunden. Das ist eine Wiese in Südafrika und da haben wir also das Wort hat gerade ein Buch im Druck 1994, dass es keine Halluzino-Gen-Arten gibt. Das sollte im Mai rauskommen. Wir haben dann im Januar die erste Halluzino-Gen-Art gefunden anlässlich eines Kongress, das ist Psilocybin Natalensis von der Provinz Natal. Das war ein mittlerer Gehalt am Psilocybin drin, dann auch Psilocybin in der Plaute auch sehr stark und die wurden auch so 10-12 cm groß. Das waren also verschiedene in der Welt. Das ist jetzt eine Statistik von Paul Stemmets, das sind verschiedene Arten, das ist bloß übersichtlich, steht alles auch in seinem Buch Psilocybin, Pöze der Welt drin. Er hat hier also den Gehalt am Psilocybin, an Biocystin und an Psilocybin, alles drei aktive Substanzen zusammengefasst und Sie sehen hier also Psilocybin, Azoressensis mit Abstand die Bildsart, die den meisten Wirkstoffen täht. Bohemica und Semilanzata kann man sich noch streiten, ich habe auch andere Werte da gefunden, aber die sind etwa ähnlich. Und Cyanessens hat auch mitunter höhere Werte. Das ist jetzt nur eine Richtschnur, wo er verschiedene Publikationen zusammengefasst hat. Es können also unterschiedliche Mengen an Heikaloiden drin sein und es können auch unterschiedliche Stoffe selbst drin sein, große Menge Psilocybin oder dieses Eroginastin. Ich habe auch eine Untersuchung gemacht, in der ich das auf Flüssigkultur gezüchtet habe in den 80er Jahren, das ist also Psilocybin Kubensis, das sieht also schimmelähnlich aus, es breitet sich allerdings nicht so schnell wie Schimmel aus, sondern langsam. Und hier ist natürlich die Frage, bildet so ein reines Mycel, wie die Pilze ja generell wachsen, auch schon das Eikaloid. Und es bildete auch schon das Eikaloid. Also hier war Psilocybin auch nachweisbar, allerdings nicht in sehr großen Mengen. So, und das Schöne ist ja, dass solche Kolben manchmal Pilze bilden und manchmal nicht, sodass ich also eine größere Menge untersuchen konnte und da konnte ich also nachweisen, wenn also der Prozess der Pilzbildung einsetzt, wie hier auf dieser Kultur, dann gibt das nochmal einen biochemischen Schub, dass auf einmal mehr Alkaloid gebildet wird. Und das ist also interessant, also Sie haben die meisten Pilze bilden, also weiße Mycelien oder auch schwachgefärbte Mycelien, die Pilze sind schön bunt und das ist immer ein Zeichen, das ist ja die sexuelle Form, dann, dass auch noch Farbstoffe gebildet werden. Das heißt, im Prozess der Pilzbildung, das sehen Sie ja auch sehr schön, werden auch noch Farbstoffe gebildet. Und im Zuge dieser Biosynthese wird also auch mehr Wirkstoff gebildet. Und das ist eben, also wenn sich das differenziert, also das ist also, Sie müssen sich das vorstellen, das ist ähnlich wie die Stammzellen. Das, was man bei Menschen immer anstrebt. Zellen, die genau gleich sind, differenzieren dann in unterschiedliche. Da werden also Lamellen gebildet, da werden Sporen gebildet, da wird die Hutfarbe gebildet, die Stiele. Das ist alles eine Differenzierung wie bei den Stammzellen auch und bei den Pilzen geht das dann eben spontan. Und Sie können also zum Beispiel solche Mycelien unter sterilen Bedingungen praktisch, ich will mal sagen praktisch, es kann auch mal ein Virus kommen, praktisch unbegrenzt immer ein Stück rausnehmen und wieder woanders auf den Nährboden setzen. Das ist also alles möglich, dass das Mycelien immer weitergeht. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn die Bedingungen stimmen, gibt es also auch Pilzbildung. Das ist in der Natur genauso, manche Pilze brauchen Licht, der braucht auch Licht, der Champignon braucht kein Licht, das ist eben unterschiedlich. Und deshalb gibt es auch die große Vielfalt an Pilzen, also man rechnet so mit Mitte-Europa allein 5.000 Arten, die wenigsten sind giftig, oftmals steht bedeutungslos in der Literatur. Das ist nochmal die Psilocybe Cubensis hier auf Stroh, ein einfacher Laborverschluss, nach vier Wochen kam die. Das ist ein Pilz aus der Natur. Ich glaube, es war in Thailand, ich kann es jetzt nicht genau sagen, jedenfalls sehen Sie die riesenhaften Abmessungen an, wie groß Psilocybe Cubensis werden kann. Das ist im Kolb natürlich nicht so groß, da sind nicht so viele Nährstoffe vorhanden. Dann gibt es noch eine weitere Art, die auch in Holland dort im Hande ist, das ist, wo immer gesagt wird, die Copelandia, das ist ein Düngerling, das ist ein Paneolus. Und diese Düngerlinge, die gibt es auch in Europa in einigen Arten, die haben auch eine Charakteristik, manche können Psilocybin bilden, die meisten nicht, aber alle bilden andere Indole. Und zwar das Serotonin, da habe ich jetzt die Forme nicht hier, das ist also in der Fünfstellung subsidiiert, was im Hirn als Transmitter eine Rolle spielt. Das ist aber nicht so, dass man die Pilze jetzt essen kann und die wirken. Also wo in Pilzen nur Serotonin drin ist, die wirken also nicht, weil also im Magen-Darm-Takt diese Substanz sofort zersetzt wird und die wird also im Hirn selber aus der Aminosäure Tryptophan selbst dort gebildet. Und manche Antidepressiva erhöhen die Bildung des Serotonins oder die Andox-Stellen und so weiter. Das ist also eine Substanz, die oral überhaupt nicht wirkt. Kommt aber in Düngerlingen vor und interessant ist, die Düngerlinge, die Psilocybin enthalten, wie dieser hier, enthalten zusätzlich noch das Serotonin. Das heißt, als Chemiker, wenn wir das analysieren, da sieht man wirklich ein buntes Gemisch an verschiedenen Indolen und es ist mitunter gar nicht so einfach, zum Beispiel das Psilocin abzutrennen und jemand hat also 1969 eine große Untersuchung, gemacht und da war in fast jedem Düngerling Psilocin drin, Nachprüfung ergab und das war kein Psilocin, sondern das war das Serotonin. Er hat das also verkannt. Das gab ähnliche Farbreaktionen, das gab ähnliche chromatographische Aufdrängungen. Ich möchte mich jetzt noch ein bisschen zum Abschluss kommen, dass man ein paar Fragen stellen kann. Es ist ja immer ein Problem, was sich die Leute sagen, wieso haben die Holländer nur noch die Frischpilze im Handel dort und wieso bei uns nicht und sowas. Die Drogenpolitik ist ein endloses Thema. Grundlage war diese Studie hier, dass die dort im Handel sind, also psychoaktive Pflanzen und Pilzprodukte. Ich habe hier auch ein paar Beiträge dazu geleistet, speziell beim Pilzen als Sachverständiger, Sachverständiger, die dann drin zitiert worden ist. Und es kam bei dieser Studie eindeutig heraus, dass es eben keine Suchtmittel sind, das war vorher schon bestätigt. Das sind experimentelle Drogen, die mehrmals verwendet werden, die liefern keine Euphorie chronisch und sind auch akut äußerst wenig toxisch, sodass das wieder aufgegeben wird. Und das ist einfach eine, möchte ich mal sagen, belanglose Kuriosität und wird auch niemals eine Massendroge werden. Das war eigentlich die Grundlage. Dann ist diese Kamm-Studie abgeleitet und gab es einen Spruch vom höchsten Gericht. Und ich kann nur sagen, aus politischen Gründen ist es eigentlich so, dass die Frischpilze dort im Handel sind, die trocknen, verboten. Denn bei der Trocknung dieser beiden Arten, Psilocybe, Kobensis und Paneolus, Zianessens, also die Copelandia, ist es also so, dass das Hauptpsilocin und die Pilze bilden meistens, weil sie bei der Trocknung schon weggeht. Das heißt, wird ein Trockenpilz aufgenommen, dann muss der Magen noch extrahiert werden, dann haben Sie eine heiße Suppe von einem Frischpilz, dann schießt er sofort ab und kann eher noch gefährlicher werden. Und deshalb ist das eigentlich als haltbare Handelsform aus politischen Gründen verboten und nicht aus pharmakologischen Gründen. Die Trockenpilze und die Frischpilze. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bringe die drei Dias, die noch übrig sind, nicht mehr. Die Zeit ist auch fortgeschritten, da können wir noch ein paar Minuten vorstellen. Danke für die Aufmerksamkeit. Also, ja, bitte. Aber da gab es eine Frage zum Dünnheit, ist doch der Däroponienanteil so ähnlich eingeladen wie bei der Positivität? Wie bei was, bitte? Ja, das ist wieder der Trugschluss, in den selektiven Aufnahmhemmern ist ja kein Serotonin drin. Das heißt, es wird also im Hirn synthetisiert und deshalb könnten also die Düngerlinge sozusagen gegessen werden ohne Wirken, die wirken nicht und das würde auch nichts machen mit den selektiven Aufnahmhemmern. Was natürlich bei Mau-Hämmern anders sein könnte. Ja, da sind ja Amine, da soll man ja auch kein Käse essen, jedenfalls diese Frühen, die nicht mehr im Handel sind. Aber an sich geht diese Konzentration bis 1% Serotonin in den Trockenglösen. Das ist schon beachtlich. Aber es kommt nicht oben an. Es wird im Darm zersetzt. Es wird aber auch wenig Serotonin produzieren. Und in jedem Fall können wir Serotonin als der Kinder nicht ausreißen. Kommt nicht hoch. Es gab doch mal die Witze, das war wahrscheinlich ein Hippie-Gag, dass in den 60er Jahren gesagt wurde, da raucht alle Bananenschein, da ist Serotonin drin. Das war zwar vor meiner Zeit und ich war ja auch nicht im Westen, aber es gab sowas und die haben wirklich alle kratzte Hälse bekommen und die wirken ja das nicht. Weil da drin auch Serotonin ist. Aber heute finden Sie in der Boulevardpresse immer noch, esst Bananen, da kriegt er gute Laune. Das ist das Serotonin, aber das kommt ja gar nicht der Oman. Das müssen wir schon selber bilden. Oder mit dem Antidepressiv, um das die Konzentration sicherzustellen. Aber man kann ein Gramm Serotonin essen oder ein Gramm DMT, die wirken beide nicht oral, wenn da kein Zutaten bleibt. Also es klappt, es kommt nicht bis hoch. Es ist auch nicht so, dass es jetzt nicht durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeht, sondern das wird schon vorher zersetzt. Das kommt gar nicht dort an. Es gibt also kein Blutspiegel von Serotonin, wenn man diese Düngerlinge zum Beispiel isst. Das wäre also wie Speisebitze, aber die schmecken auch nicht. Das steht dann als bedeutungslos in der Literatur. Das ist immer so ein schöner Begriff von früher. Auch der spitzkriegliche Kalker war bedeutungslos. Das hat die Mykolore nicht interessiert und die von Speisepilzen nicht. Noch weitere Fragen? Aber man muss das wirklich trennen. Was ist an Serotonin irgendwo drin? Und was kommt irgendwo an? An Serotonin zersetzt sich völlig. Hatten Sie davon noch was? Nein, das ist brauche ich nicht. Das klang nicht so. Also bitte. Ohne. Aber ja, Temperatur. Ja, das kommt eben darauf an. Also ist da nur Psilocybin drin, wie in der spitzkrieglichen Kalkerf, macht also 50 Grad und wahrscheinlich 60 Grad auch noch nichts. Aber selbst wenn also die Psilocin-Heidigen, das geht ja schon los, wenn das gedrückt wird. Da wird das ja schon blau. Das ist alles schon Zersetzung. Und groteskerweise geht aber beim Trocknen die blaue Farbe auch wieder weg. Da braucht man sich aber nicht einzubinden, dass das Psilocin wiederkommt, sondern die blaue Farbe ist also auch noch zersetzt sich und das oxidiert dann weiter. Also im Prinzip schon bei Raumtemperatur ist Psilocin instabil und gerade auch das Zerschneiden der Pülse, das ist ja so, dass dann also auch die Zähwände getrennt werden und dass also dann auch der Luftsauerstoff in die Enzyme reagieren können. Also das ist wirklich instabil und gerade bei Kubenzis und bei dem Düngerlink ist wirklich, da haben wir schon Pülse gefunden, die enthielten nur Psilocin. Das hat man dann so rausbekommen, indem die ganzen Pülse gefriert wurden, wie es in der Lebensmitteltechnologie üblich ist. Das heißt, die wurden eingefroren und dann hat ein Vakuum den Wasserdampf rausgezogen. Also da hält sich dann, wenn Vakuum hält sich das Psilocin ein bisschen, wenn man das dann gleich analysiert, chemisch dann geht das, die Methanolikulist. Aber wenn so ein gefriertrocknetes Paparat aufgehoben wird, dann zersetzt sich das noch schneller, weil das so porös ist, dass praktisch die Luft überall herankommen kann. Und also mit Sicherheit, wenn Psilocin und Kubenzis im Herbarium aufgehoben wird, da ist nach einiger Zeit dann überhaupt kein Wirkstoff mehr drin. Nein, das ist wieder umgedreht. Wenn der Fliegenpilz getrocknet wird, entsteht aus dem urtümlichen Stoff ein wirksameres. Das heißt, die Hypotensäure ist eine Aminosäure, das ist auch im Ring, ich habe die Form jetzt nicht da. Und da ist eine COOH-Gruppe dran, das heißt noch eine Säuregruppe. Und die zersetzt sich dann unter Kohentioxidabspaltung beim Trocknen und das Muskemoe ist tatsächlich wirksamer. Aber groteskerweise hat man, wo man also Hypotensäure und Muskemoe im Versuch auch an Menschen abgobt hat, da gab es zwar bestimmte Symptome, aber es war nicht identisch mit dem, was sonst beim Fliegenpilz berichtet worden ist. Also das Fliegenpilz-Rätsel ist auch noch nicht hundertprozentig gelöst, aber Psilocin ist nicht drin, das ist allefältig. Also das ist eigentlich dann ein bisschen hamfähnlich vergleichbar, dass eben die COOH-Gruppe sich zersetzen kann und das THC entsteht. Und hier ist es eben beim Muskemoe, auch wenn die Strukturen ganz anders sind in der Hitze. Das ist dann also schon ähnlich. Weiterfragen wir? Zurzeit mache ich eigentlich Weiterbildungen und Feldmykologische Forschung, arbeite allerdings auch mit der Universität Göttingen noch zusammen, die die Apparate haben. Also erst mit der Universität Göttingen, wir müssen sich vorstellen, also ich habe denen seinerzeit den Extrakt 1989 gegeben und dann bin ich auch nochmal da gewesen. und es ist erst im Jahr 2005 möglich gewesen, das Heroquinazin zu isolieren, weil die Apparate-Technik besser geworden ist. Vorher hat es auch nicht geklappt und das war eigentlich interessant. Also heute wird ja viel automatisch gemacht, man muss natürlich auch noch chromatographisch sehen, wo was ist. Also in der Weise kann ich auch weiter forschen und ich habe eben die Apparate zurzeit so nicht. Kann sich mal wieder ändern, weiß ich nicht. Gut, ja. Achso, noch eins, ich lese hier noch ein paar Prospekte von einem neuen Buch von mir hin. Das sind also Verlage, die sind nicht hier. Hier ist auch noch ein artfremdes Buch. Ich habe nämlich, vielleicht interessiert jemand den Flyer, ich habe also nicht bloß über die Stoffe die In-Explosion hervorrufen, sondern ich habe auch noch ein Explosivstoffbuch. Kulturgeschichte schrieb, vielleicht interessiert es auch jemand hier. Ich lege die mal her und dann auch noch Psychedelika historisch betrachtet, da sind noch sechs Patente von mir drin aus DDR-Zeiten, wo ich die ganzen Syllotypen nochmal höchst offiziell als Wirtschaftspatent zusammenfassen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.